Hallo, herzlich willkommen in Steffis Duftledle, ihr großen und kleinen Schnuffelnasen, da bin ich wieder. Flech Sail, Flech Sail, da ist die Kamera, Mann, ich gucke immer auf mein Tablet, da ist die Kamera, ein Stück weiter oben. Flech Sail, ich bin wieder aufgeregt, ihr merkt es, also passt auf, kurz, knapp und bündig, es gibt ein Mega Flech Sail, der bis zu 70% Vergünstigung für euch bereithält, wir wissen leider nie, was da kommen wird, aber es wird mit Sicherheit wieder ganz schnell ganz viele Produkte ausverkauft sein, bin ich mir fast sicher, was heißt fast, ich bin mir sicher, dass einige ganz schnell weg sein werden. Deshalb, wann kommt da Flech Sail? Der Flech Sail startet am Donnerstag, den 19., also jetzt diesen Donnerstag um 20 Uhr mit einer Warteschleife. Ich blende euch ein, was eine Warteschleife ist, was da passiert und auf gar keinen Fall, bitte, wenn ihr in dieser Warteschleife hängt, auf gar, 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 gar keinen Fall, F5 drücken, ja, weil dann landet ihr automatisch wieder weiter hin, weil sich die Seite erneuert. Das macht sie nämlich von ganz allein. Ihr werdet dann weitergeleitet und dann bekommt ihr eine Bestätigung, möchtest du hier jetzt in den Shop eintreten und shoppen? Und dann sagst du ja und dann ist normalerweise immer auf der Frontseite, ist, ja, sozusagen das Flech Sail Logo, da klickt da drauf, dann scrollt ihr euch schnell eure Angebote in den Warenkorb, die ihr haben wollt. Und zu diesem Flech Sail gibt es nochmal Angebote. Blende ich euch auch. Ich muss mal ein bisschen, Leute, ich rück mal ein bisschen hier rüber, weil dann blende ich euch die Angebote hier oben rein, da ist nämlich noch mehr Platz. So, das lese ich ein bisschen von meinem Zettel ab, weil mir schießt schon wieder so viel durch den Kopf, weil ich mir das nicht alles merken kann. Was, wie viel kostet und so. Also, wir fangen an. Nur solange Vorrat reicht. Ganz einfach. Ja, was weg ist, ist weg, kommt auch dann nicht mehr in den Sale, weil der Sale nur, der Flech Sail nur bis zum 20. Das ist der Freitag gilt. Was da bis 20 Uhr nicht weg ist, ist dann nicht mehr vergünstigt erhältlich. Und jetzt kommen wir noch zu den einzelnen Paketen, die ich euch jetzt einblenden werde auch. Also, es wird Überraschungsboxen geben. Und zwar zum Beispiel die erste Überraschungsbox, mega geil, mit der elektrischen Duftlampe. Ja, ihr bekommt zwei elektrische Duftlampen in Originalgröße für 50 Euro. Das heißt, pro Duftlampe in Originalgröße 25 Euro. Wenn ihr Zusatz, wenn ihr mehrere Überraschungspakete von den Duftlampen kaufen würdet und wolltet, dann ist es einfach so, dass Sensi nicht ganz garantieren kann, dass ihr als Kunde oder Kundinnen dieselben Duftlampen bekommt. Sie gucken drauf, dass ihr unterschiedliche bekommt, können es aber nicht zu 100% garantieren. Das heißt also, wenn ihr jetzt bei zwei Paketen, denke ich, ist es überhaupt kein Thema, ja. Wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, so günstig, dann schaffe ich mir mal gleich vier Duftlampen an und zahle die 100 Euro. Dann denke ich, da ist es kein Problem. Wenn natürlich eine Kundin sechs Pakete bestellt, kann es durchaus sein, dass dann einmal vielleicht eine selbe Duftlampe drin ist. Aber wie gesagt, Sensi gibt sich die Mühe und achtet auch darauf. Also vielleicht ist auch bei den sechs keine unterschiedliche dabei, das wissen wir nur leider nicht. Sage ich aber euch dazu nicht, dass die Enttäuschung dann groß sein wird. Also, wir merken uns, Überraschungsbox Nummer 1, Duftlampe 2, elektrische Originalgroße Duftlampen für 50 Euro. Dann gibt es die zweite Überraschungsbox mit den Körperpflegeprodukten. Ihr bekommt dafür ein Duschgel, eine Handcreme und zwei Handseifen, ey, zwei Handseifen für, Achtung, 21,25 Euro. Hammer, oder? Wenn ihr euch den wahren Wert mal ausrechnet, was das Duschgel, die Handcreme und zwei Handseifen kosten, ja. Das ist, ich habe da keine Worte mehr für, außer, danke, danke, Sensi, dass ihr so knaller Angebote raushaut. So, die dritte Überraschungsbox ist die Öle zu je 15 Milliliter Überraschungsbox mit Sensi, Pots, ach, ich verrate schon wieder das, die vierte Box. Also, wir sind immer noch bei den Ölen, ja. Die Öle, drei Stück für 14,25 Euro. So, und jetzt guckt ihr bitte mal in den Originalpreis für ein einziges Öl, ja. Und dann wisst ihr, dass ihr zwei plus ein bisschen Euro noch geschenkt bekommt. Hammer, hammer geil. So. Die, dritte, 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 dritte. 1, 2, 3, 4, die vierte, Leute, ich bin sowas von kerry im Moment. Die vierte Box ist die, die ich ja schon verraten habe. mir tränen auch im moment so ein bisschen die augen also nicht wundern ich bin etwas komisch drauf gestern war es total heiser ich wollte gestern abend schon ein video drehen das ging gar nicht jetzt ist es gott sei dank weg jetzt bin ich da also vierte box die ich schon verraten habe die pots und die pots sind ja auch wirklich ein knaller ein pot kostet 14 euro 25 sensi bietet uns drei pots drei verschiedene pots in der überraschungs box ihr wisst leider nicht welche pots aber für 14 25 drei stück zu bekommen anstatt nur ein ist ja schon ein schnapper oder also lege ich euch ans herz seid da schnell holt euch die boxen ich weiß schon welche boxen ich mir schnappe ich werde mir auf jeden fall weil ich möchte sehen welche duftlampen kommen und welche pots werde ich kriegen die zwei interessieren mich mega mega die zwei box da werde ich auf jeden fall zuschlagen bei einem flash sale ist immer blöd eine sammelbestellung zu machen weil du musst unheimlich schnell sein ja deshalb rate ich jedem lasst euch euren eigenen shopping link anlegen ich habe heute schon zwei erstellt und meldet euch dazu dann lege ich euch auch den shopping link an kauft über euren shopping link ja denn im januar gibt es ja auch noch die doppelten halbpreis prämien und wenn ihr die party praktisch oder euren shopping link qualifiziert dann habt ihr ja schon halbpreis auch noch mit abkassiert also von daher lege ich euch das ans herz guckt da ein bisschen drauf dass ihr auch immer einen shopping link habt ich erzähle es immer wieder gerne weil es immer wieder gerne vergessen geht und von daher würde ich sagen wir sehen uns dann am donnerstag in der warteschleife und noch was wer gerne bei mir in der whatsapp gruppe sein möchte der darf mich gerne privat anschreiben e mail adresse und so findet ihr alles im impressum vorne auf der startseite in meinem youtube kanal ansonsten hinterlasst noch mal einen kommentar im video oder so dann schmeiße ich euch gerne mit in die whatsapp gruppe rein dort erfahrt ihr nämlich immer ganz ganz schnell die neuesten neuigkeiten denn bis zu einem video kommt und nicht heißer bin ihr merkt ja könnte es unter umständen momentchen dauern also von daher lege ich euch diese vip gruppe ans herz ansonsten würde ich mich natürlich immer wieder gerne und ich erwähne es auch gerne wieder über abonnenten freuen hier im kanal damit ich ein bisschen weiter wachsen kann unterstützt mich oder fragt mal freunde und bekannte vielleicht drücken die ja auch noch auf das knöpfchen auf das abo knöpfchen bei mir kostet ja auch nix mal das plus da oben weg zu zaubern also in dem sinne wir sehen uns abo knöpfchen beim fnisch sein tschüss